Worauf ich bock? Schadenmodifikationen werden 100% erhöht und 200% Attack Speed. Junge, der kann ja alles mit allem starten. Einarmiger mit Schleudern. Okay. Eine einzige Waffe. Ist ja absolut, absolut scheiße. Einarmiger mit Schleudern. So, ähm. Schadenmodifikationen werden um 100% erhöht. Das gilt nur für Prozent Damage hier, ne? Gehe ich stark von aus. Einfach rausfinden. Gehe hier sowieso erst mit Brustung. Ne, auch fern. Ah. Umso besser. Das Problem ist, ich brauche hier jetzt gar nicht mehr für, ähm, für Waffenrollen. Ich brauche hier gar nicht mehr für Waffenrollen gerade. Weil ich eh keine blaue kriegen werde und ich kann die ja gar nicht upgraden. Ich muss irgendwann eine blaue Schleuder finden. So, das ist es halt. Kann ein bisschen Crit mitnehmen, aber... Aber ich verliere auch 6% Damage, oder? Oder gilt das nur? Ich hab's vergessen. Wie war das gleich nochmal? Verliere ich auch doppelt? Ja, dann lohnt sich das nicht. Dann lohnt sich das nicht. Wie schnell ein halbes Jahr vorbei geht's vor ihr des Kehre-Flesken. Werkaufschaden. Ja, stimmt. Man kriegt 2 dafür. Sehr gut. Das ist natürlich belohnt. Oh, und hier 7% Damage. Okay, ja, also wir gehen Hardcore auf Damage-Upgrades. Klar, Level 1 plus Level 1 ist Level 2. Wenn du eine Level 1 Waffe und Level 1 im Shop bist, wird's blauer im Kauf. Ich bin komplett bescheuert. Lies doch blau. Die ist doch blau. Weil wenn ich jetzt auf eine weiße rolle, dann kann ich die ja trotzdem nicht kaufen. Ey, ihr seid manchmal schon ordentlich Peabrains, ne? Tasche nehmen wir mit. Den Kram nehmen wir auch mit. Sperren wir nochmal. Ja, dann muss ich jetzt natürlich nicht rollen, weil ich immer 2 Waffen kriegen werde und die Waffenslots, die jucken mich eh nicht. Weil ich ja ne Waffe, ne blaue Waffe brauche. Peabrainer, erbsenieren. Sorry, ich kann auch Deutsch sprechen. Das geht auch. Erbsenieren. Ich habe 2 Drittel auf Gefahr 5 durchgespielt und ich kriege manchmal die größten Basic-Infos, die man kriegen kann. Ein Fernkampfschaden. Sehr gut. Rüstung nehmen wir auch nochmal mit. Damage. Spawnen mehr Bäume. Ist auch gut. Nehmen wir ein bisschen Lebensabzug mit. Ja, aber auch nicht. Noch mal ein bisschen Damage. Noch mal ein bisschen Damage. Hast du Ghost schon auf Danger 5 durch? Äh, ja. Den habe ich einfach mit, ähm, mit Zeptern gespielt. Glaube ich. Relativ sicher. Items kosten Materialien. Wlesk. Scheiße, stimmt. Wlesk. 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 Das war der Run mit 5x Bandana. Ah, ja, ja, ja. Der war, der war interessant. Äh, ja, ein bisschen AB mit. Und Damage. Und dann gleich bei Range wieder ein bisschen aus. Limbo ist gut. Und hier haben wir leider nichts mehr, was ich brauche. Es ist auch unfair, dass Matteo auf Englisch spielt und Wlesk auf Deutsch. Jeder weiß, dass Damage besser als Schaden ist. Scheiße, stimmt. Ich cheate. Guck dir das an. Bang. 12% Damage. That's a lot of damage. Ähm. 3% äh, 3 LP. Rack. Ja, ist wahrscheinlich nicht komplett verkehrt. 25% Attack Speed, wenn ich mich nicht bewege. Das ist absolut Bait. Aber es wäre auch lustig. Wisst ihr was? Wir schmeißen den Run mal weg. Das ist immer so, wie ich mich die Leute mache. Und dann rein. Alles klar. Wenn wir das so, wie ich mich nicht mehr verkehrt. Und dann mach. Ja. Ja, Fernkampfschaden nehmen wir immer mit als doppelt hier nehmen wir alles mit tatsächlich ein bisschen lebensabzug für ernte ist wahrscheinlich keine schlechte idee gerade müsste doch alles noch einigermaßen easy sein oder nein das ei oder erst schnell gestorben aber die schleuder upgrades werden halt so wichtig werden so wichtig Max LP, Nachkampfschaden, Angriffstempo und wie lange hat sie ein Glück mit tauschen wir gerne aus oder du findest weiter oben eine rote wird nicht passieren aber die lila erstmal die finden wir 2 Fernkampfschaden und Reichweite nehmen wir mit dann haben wir auch nochmal Damage und einen Zahn nehmen wir auch mit das ist aber nicht so smart klop, 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 klop die raten ok was haben wir hier ähm lebensabzug oder dodge ja ein bisschen dodge mit oder? dann haben wir hier Damage Lebensabzug und den Zahn die will ich alle haben ein bisschen Glück Stromgenerator ist natürlich das Gegenteil von dem was ich gerne hätte weil ich so viel Tempo Mann es wäre so gut gewesen wenn ich nicht so viel Minustempo gefarmt hätte Diesmal bräuchtest du Couch? Ja diesmal bräuchte ich auf jeden Fall Couch Couch wäre sehr angenehm diesmal Couch und das Relikt damit ich mich einfach nicht mehr bewegen muss das wäre angenehm Naja FK gehen Minus 17% kann man nur easy ausgleichen Ja aber das heißt halt auch dass die nächsten Waves mit minus 40% Damage spielen Klingt irgendwie nicht so geschmeidig wie ich ehrlich bin Ich mach die Gegner einfach Ich mach die Gegner einfach langsamer Wisst ihr was ich will mich nicht mehr bewegen ist mir egal Wird nicht verdoppelt Wird nicht verdoppelt Spade Ey Jetzt wäre ich aber sauer gerade Auf 50% Damage für 3 Rüstung muss ich mitnehmen Guck mal Ich kann mich nie mehr bewegen Da ist noch für keine Guck mal inseccheiter H tube Zelle He you Schade H pane Jawohl I can not move. So irgendwie die Mats noch aufsammeln. Ja 9 AP nehmen wir mit. Ja weniger Attack Speed dafür krieg ich Reichweite und Fernkampf Schaden. Vier Stück. Vier Fernkampf Schaden. Das deckt sich zum Glück alles hoch. Nehmen wir mit. So wie funktioniert Bandana mit Schleuder? Das Problem ist ich krieg ja minus 20 ne. Es bouncet quasi dreimal und piercet dann einmal oder? Aber es lohnt sich doch gar nicht. Weil jeder bei uns ja auch 20% weniger Damage macht oder? Das klingt doch ein bisschen scheiße oder nicht? Trotzdem wichtig. Vertraue euch. Oh, das war wichtig. Okay. 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 Die Tanks, die halten schon ein paar Shots aus. Ich habe auch nur ein paar. Oh, sechs Rüstungen, wenn du dich nicht bewegst. Geil. Schlecht. Und wir nehmen 45 Reichweite mit. Wie schlecht. Ich habe null Crit. Deswegen gehen wir hier auf 6% Damage. Ich krieg ein bisschen Tempo dazu. Wichtig wäre mir Rüstung und AP und ich krieg 6% Damage. Ja, das ist das nicht verkehrt wahrscheinlich. Ziel für den Oberraum war. Oh, jetzt kommt der Boss, ne? Scheiße. Ja. Der ist zum Glück sehr langsam. Ah, ich bin reingesteppt. Ganz anderes Spiel auf einmal. Ich brauche die Materialien hier noch. Geht weg. Ey, minus fünf Technik. Auf 15 Glück for free, ne? Ist nicht geil. Das Ding ist, wenn ich hier zum Würstchen finde, würde ich das wahrscheinlich sogar mitnehmen. nehmen. Weil ich jetzt 18 Elementar Damage habe. 8 HP. Ja, von mir aus. Ein bisschen Regen mit. Und die beiden hier. Äh. 5% Crit und ein bisschen Dodge. Die erste Medaille mit. Ja, das ist mir, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Würstchen und Schlange wäre. Äh. Wäre gut. gut. Auch nicht so wichtig, ne? Aber es ist trotzdem für die Kosten wäre es ein ganz gutes Upgrade gerade, denke ich. tock die jetzt. Stirbt. Ich laufe hier mit so wenig Movement Speed durch die Gegend, das ist so traurig. Baby mit Bart fehlt noch. Es gibt super viele Dinge, die übel gut werden gerade. Baby mit Bart gehört dazu, ja. Aber was mich am allerglücklichsten machen würde, wäre die Couch glaube ich. Könnte aber stehen bleiben wahrscheinlich. Bohnen-Sensei, Welle 13, der würde sie noch lohnen, würde ich davon ausgehen. Drei Rüstung, halte ich auch nicht für verkehrt. Nee. Nee. Mehr Bäume. Tomate. Ist halt ein ganz guter Weg, jetzt einfach mal ein bisschen zu regenerieren, ne? Ich nehm hier mal mit. Das ist ein ganz guter Weg. Das ist ein ganz guter Weg. Wenn alles Insta steht, brauchst du kein Live-Rack. Stimmt, du hast recht. Voll smart. Ich hab gut erreicht, weil du gerade. Ich roll hier einmal in der Hoffnung, dass ich... das war alles scheiße. Das war alles scheiße leider. Ich krieg halt 20% Damage, ne? Ich krieg viel Fernkampf-Schaden. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem nicht. Das ist jetzt unangenehm. Ich glaube, ich will bei dem einfach auf Range bleiben. Den werde ich wahrscheinlich nicht kaputt kriegen. Aber das ist okay. Ja, jetzt nervt er mich. Jetzt nervt er mich. Jetzt nervt er mich leider sehr hart. Schlippt mich immer wieder so ein Bobble von ihm, ne? Schlimmste, dass ich den fast bekomme, ne? Aber halt nur fast leider. Ja, ein Fernkampf-Schaden, aber ich will den Live-Rack behalten, tatsächlich. Bin gerade voll im Minus, was Crit angeht, die hier nehmen wir mit. Dünger lohnt sich nicht mehr über die Runden. Das lohnt sich allerdings. Alien Baby wäre mein Tod, aber komplett wieder so langsam. Warum willst du so slow bleiben? Ne Ahnung, ich finde in der heutigen Zeit, es geht einfach alles ein bisschen zu schnell. Alles ist zu schnell, ne? Ich weißt du, ich denke, man sollte einfach mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Lebe, genieße. Das ist ja, ich find es nicht so lang. Ich kann nicht nur die Zeit, aber ich weiß, dass ich da nicht so lange habe. Oder ich weiß, ob ich das nicht so lange mache. Ich balance es nicht so lange, ich weiß. Ich bin einfach noch zu kurz. Das ist ja schon. Ich bin einfach so lange in einem Schaden. Ich bin einfach mal hier und da los! Also, ich bin ganz auch immer wirklich. Beideein, ich bin einfach nicht so lange hast. Ich hätte nur gerne diese Relikt, also es ist halt schon echt ultra pain, die Dinger aufzuheben. 12% Damage, sehr gut, die nehmen wir mit. Zerfetzen bringt mir leider gar nix. 5% Crit, 5 ausweichen. Bin fast gewillt es mitzunehmen, weil ich so wenig Dodge habe. Enter nehmen wir nochmal mit. Generator zum dritten mal gesehen jetzt. Das ist eine Frechheit. Magst du die Alien Augen nicht, Vlesk? Ich habe nicht genug KP, als dass die es wert sind, denke ich. Es geht alles gerade, ne, aber der letzte Boss wird schon trotzdem wahrscheinlich mein Tod werden, weil ich zu wenig Movements wieder habe. Das klingt gut mit Damage, hätte ich vielleicht mitnehmen sollen dann. Drei Fernkampfstunden. Ah, da haben wir es. Und dann nehmen wir die Alien Augen ja auch nochmal mit. Dann haben wir hier sogar noch Weisheit. Kann ich jetzt trotzdem einfach stehen bleiben? Jetzt brauche ich halt trotzdem noch mehr Dodge, glaube ich, ne? Ja, gucken wir mal. Muss ich trotzdem mal Stuff einsammeln, glaube ich. Ne, also ich kriege schon noch Damage. Ich kriege schon noch ordentlich Damage. Ich brauche mehr AP und mehr Rüstung, mehr Dodge. Dann kann ich wahrscheinlich gegen tanken. Das Ding wahrscheinlich töten können, wenn ich dafür gegangen wäre. Ja, wahrscheinlich machen sollen. Hast du nicht mehr Rüstung, wenn du stehen bleibst? Ja, aber ich muss die Sachen trotzdem aufsammeln. Das ist das Problem. Und ich muss den Käse trotzdem aufsammeln. Vier Fernkampfschaden, ist ja geil. Weisheit nehmen wir mit. Ich habe halt nur 6 Rüstung, wenn ich mich bewege. Und wenn ich stehen bleibe, habe ich 12, glaube ich. Ich hole mal ein bisschen Dodge dazu. Hm. Ist es trotzdem nicht leider. Ja, ich habe, glaube ich, trotzdem nicht genug, um das zu tanken mit der Couch. Also nicht genug Defense. Mal gucken. Also ich muss die Sachen hier trotzdem leider einsammeln, deswegen kann ich nie verstehen bleiben. Das Relikt wäre es gewesen. Dann nicht chillen können, den ganzen Run lang. Drei Rüstung. Rüstung, die nehmen wir auf jeden Fall mit, das ist gut. Gut, dann habe ich jetzt 14 Amor, das ist nicht schlecht. Und hier haben wir nochmal Rüstung und Dodge. Und jetzt kann ich hier natürlich 16 Fernkampf-Damage einsammeln. Was ich auf jeden Fall machen werde. Das wäre nochmal 14% Damage, aber ich würde auch ein bisschen AP verlieren. Mache ich trotzdem. Und nochmal. Bisschen AP aufgegeben, aber ich habe dafür auch ordentlich Damage. Muss ich mich trotzdem bewegen wahrscheinlich. Solange bis die von mir weglaufen. Naja, das ist... Naja, das ist... Du Sau. Letzter Torte, oder? Sehr gut. Hallo. Opa ist hier. Bang, bang. Sehr gut. Ja, mit dem Relic wäre es cool gewesen. Aber das wollte ich nicht. Fokus. 30% Damage und minus 3% Attack Speed für jede Waffe, die du besitzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.